Hey Leute, willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute haben wir einige bewegende Neuigkeiten für euch. Hilti Mandy und ihr Fitness-Oscar sind vor wenigen Wochen stolze Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Doch die Freude war nicht ohne Herausforderungen. Kurz nach der Geburt hatten die beiden einen echten Flashback-Moment. Der Blutzuckerwert ihres Neugeborenen war viel zu niedrig. Mandy teilte ihre Ängste in einem emotionalen Video mit uns. Es war, als würde man das Ganze noch einmal durchleben. Es war schrecklich, ich lag im Bett und mein Baby war dort hinten. Auch Oskar war tief besorgt, als ihr Baby einen Zugang bekam. Dieser Flashback war wieder da, er bekommt einen Zugang und es ist wieder irgendwas. Zum Glück bekam ihr Kleiner eine Zuckerinfusion und der Wert stieg schnell wieder an. Den beiden fiel ein riesiger Stein vom Herzen, als es besser wurde. Nach der Überwachung auf der Neugeborenen-Station dürfte ihr kleiner Junge endlich bei Mandy im Zimmer schlafen, was ihnen beiden viel Ruhe brachte. Mittlerweile geht es ihrem süßen Knirps richtig gut. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen. Das Paar verlor Ende 2022 ihren ersten Sohn Rio aufgrund einer unheilbaren Autoimmunkrankheit. Dieser schwere Schicksalsschlag hat sie jedoch nicht davon abgehalten, ihren Kinderwunsch weiter zu verfolgen. Letzten September verkündeten sie dann voller Freude auf Instagram. Wir sind wieder schwanger. Wir können es immer noch nicht glauben. Aber diesmal hat der Bluttest das Ergebnis bestätigt. Und Anfang dieses Monats war es endlich soweit, ihr kleiner Sonnenschein erblickte das Licht der Welt. Lasst uns alle Mandy und Oskar unsere besten Wünsche senden und ihrem kleinen Kämpfer eine wunderbare Zukunft wünschen. Vergesst nicht, den Like-Button zu drücken, wenn ihr mehr über ihre Reise erfahren wollt, und abonniert unseren Kanal für weitere Updates. Bis zum nächsten Mal!